Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen 1782, haben wir es, der Eiffelturm wächst und wächst. Und ich habe mich mal trotz des Krieges mit unseren Kulturschätzen beschäftigt und mir ist eine Sache aufgefallen. Wir haben ja als Engländer, wenn wir hier uns das mal gucken, wir gehen nochmal auf England, genau, ich war da eben auch drauf, haben wir die Spezialfähigkeit britisches Museum. Das heißt, unsere archäologischen Museen haben Platz für sechs Artefakte und zwei Archäologen können dort arbeiten. So, und Museen haben automatisch ein Thema, wenn sich sechs Artefakte daran befinden. So, und jetzt schauen wir mal auf unsere Sammlung und wir sehen, unser archäologisches Museum hat nur drei Plätze. Und ich kann auch keinen weiteren Archäologen bauen. Irgendwas stimmt hier nicht. Uns wurde das britische Museum verweigert. Ich bin echt empört. Unfassbar. Naja, können wir nichts machen. Es gibt niemanden, gegen den wir deswegen Krieg führen können. Also müssen wir jetzt mit dem Krieg gegen die Ägypter Vorlieb nehmen und den weiter treiben. So, was liegt an? Die nächste Runde liegt an. Oder? Bestimmt nicht, ne? Bestimmt haben wir noch irgendwas zu tun. Wir werden sehen. Ich habe übrigens... Ne, die Ägypter sind tatsächlich dran. Und sie bieten uns... Sie wollen schon Frieden und bieten uns... Schaut mal, sie bieten uns hier komplett ihre gesamten Ressourcen. Selbst ihre Spielzeuge bieten sie uns an. Und interessanterweise auch Aluminium. Aber ich werde das erstmal ablehnen. Beziehungsweise ich werde mal testen, was sie dann dazu sagt, wenn wir Theben fordern. Stattdessen. Statt dieser ganzen Kleinigkeiten hier. Ne, da ist sie noch nicht bereit für. Also, ich weiß, es gibt einige von euch, die der Meinung sind, und ich verhalte mich da völlig neutral, die der Meinung sind, man sollte jetzt diesen Krieg nicht weiterführen. Aber es gibt auch mindestens genauso viele, die sagen, lasst uns da noch mehr rausholen. Ich würde sagen, ich glaube, das ist im Sinne des Parlaments jetzt abzulehnen und noch ein paar Runden weiter zu kämpfen, um einfach noch eine bessere Ausgangsposition zu haben. Und dann entscheiden wir gemeinsam, was möglich ist. Also zumindest die Option, dass wir Theben bekommen, sollten wir haben. Ob wir es dann wirklich nehmen, das müsst ihr dann entscheiden. Also wir ziehen das einfach ein bisschen raus. So. Anders würde es jetzt aussehen, würden wir jetzt angegriffen werden. Wir haben eine andere Regierungsform, ja, alles klar. Von jemand anderem, dann würde ich wahrscheinlich jetzt hier in Frieden schließen. So. Das ist jetzt erstmal so der Fahrplan. Für die nächste Zeit. Wir könnten übrigens mal mit den Spaniern mal widersprechen. Vielleicht ist da ein Handel möglich. Beziehungsweise vielleicht sogar eine Freundschaftserklärung. Die Spanier sind ja Demokratie. Ich meinte, wir haben noch sieben Runden, aber dann müsste das doch möglich sein. Nein. Und wie sieht es aus mit einem kleinen Abkommen? Wir haben so viel anzubieten. Vielleicht ein bisschen Gewürze. Ach. Das ist ja so wenig. Schaut mal, was die hier für große Werke haben. Unglaublich. Unglaublich. Haben die noch eine Ressource, die uns interessiert? Im Moment eigentlich nicht. Ach nee. Das ist... Wobei... Wartet mal. Unsere Beziehung ist neutral. Botschaft, gute Handelsbeziehungen laufen noch. Offenbar haben wir noch irgendwie einen Handelsvertrag. Dann lassen wir das auch. So. Wie machen wir hier weiter? Also wenn wir gegen Nächen jetzt vorgehen, denke ich mal, ist die Strategie folgende. Wir müssen hier eine Einheit platzieren. Am besten ein Korb. Hier eins. Und deshalb müssen wir vorher vermutlich hier dieses Lager ausräuchern. Bevor wir da weiter vorankommen können. Das weiß ich gar nicht. Wir können tatsächlich mit den U-Booten sogar das Lager angreifen. Das ist ja perfekt. Dann machen wir das jetzt. Schießen wir jetzt erstmal voll das Lager zusammen. Auch mit dem U-Boot, denke ich, tun wir das. Mit den Unterwassertorpedos. Äh, mit den unterirdischen Torpedos, meinte ich. Und hier kommt der... Angriff des Schlachtschiffes. der haut richtig gut so ein chor muss jetzt einfach den fluss überschreiten das ist leider so das ist nicht zu ändern und weil das der andere das andere nicht kann machen wir das jetzt mit dem einfach und mit dem gehen wir voran und gehen erstmal glaube ich hierhin und dann das lager zu erledigen hier hinten haben wir noch ein armboss schützen okay so jetzt dürfen natürlich nicht zu riskant vorgehen im behalten wir noch außerhalb der reichweite der kann zwei angreifen ich will erst unser infanterie vor daran haben in die nähe gehen so das ist gut die einzelne infanterie auf welche seite stellen wir die vielleicht auch eher hier unten hin und marina kommt hier und der sanitäter bleibt dann auch hier und ich denke den handwerker können wir jetzt einfach schon mal dahin ziehen dass er das reparieren kann das ist glaube ich ziemlich unschädlich so in bristol wurde die kanalisation abgeschlossen damit haben wir jetzt dort wieder ordentlich wohnraum und wie machen wir weiter ich denke was wir vielleicht wir könnten mal wieder noch einen weiteren händler gebrauchen das ist gut zum beispiel ein händler der amsterdam ein bisschen versorgt am satan hat glaube ich nicht so viel produktion 17 das ist sehr mau für so eine große stadt eigentlich sehr mal so die artillerie bleibt auch stehen hat mir gesagt du auch hier ist jetzt natürlich keine amerikanische einheit mehr in der nähe ich glaube fahren mal ein stück weit hier in unser heimatgebiet um uns ein bisschen auszuheilen zu reparieren heißt das ja besser gesagt so hier werden wir einmal küsten raubzug durchführen ach das wird noch unterschieden küsten raubzug und plünderung ach so wir können jetzt einen küsten raub machen das ist ja cool das ist so wie die wikinger gewissermaßen ja ist ja super das bringt uns sogar wissenschaft ist ja fantastisch da können wir uns jetzt hier genüsslich hier an der das ist ja sehr schön das sogar auch wunderbar prima was habe ich hier eigentlich kaos ist belli erlangt gegen montezuma ja okay ja dann aber ab in die nächste runde oder irgendwas ist bestimmt noch wieder so sie feuern da da ist noch was das gleich der halterei oder sind das rette und von dahinten natürlich die stadt jetzt kriegt sogar das aber das ist nicht wirklich gefährlich gut das war alles ein bisschen heilung ist mit dabei wir haben irgendwo eine förderung was so das boot hier aber ich glaube das brauchen wir jetzt dringend um hier weiter voranzukommen wie machen wir das am geschickt ist denn wir haben jetzt drei schiffe die feuern können wir haben auch noch sogar eine feldkanone die könnte eigentlich die direkt mal erledigen so das boot erledigt leider nur fast den ritter der aber ganz dann versuchen wir das mal hier ich hoffe ganz nein das hat doch nicht ganz geklappt ach wie ärgerlich gut dann werden wir jetzt hier vor und hier einmarschieren okay das lager dürfte eigentlich zerstört sein oder kann man das nicht direkt besetzen na gut so was machen mit ihm wollen wir da jetzt wirklich diesen ritter töten oder gibt es noch was besseres dann können wir nicht mehr weg bewegen ansonsten müssen wir die u-boote dringend mal wegziehen weil dann können wir nämlich mit dem kriegstück auch nächen angreifen das wäre glaube ich viel viel gut effektiver so jetzt gehen wir aber schon mal so langsam in reichweite wollten wir eigentlich hier hin wir wollten glaube ich hier hin auf jeden fall erst mal voran ziehen was würde das bringen noch ganz ganz wenig ja die verteidigung ist einfach natürlich noch viel zu groß dafür gehen wir jetzt mit unserer schönen artillerie nach vorne und mit der infanterie geben wir jetzt ins lager rein können wir da noch angreifen tatsächlich gut direkt nochmal eine beförderung verfügbar haben wir die auch noch mit erledigt sehr gut unsere generälen die ist so ein bisschen ungünstig positioniert ich hoffe mal nicht dass die kanone angegriffen wird und du kommst hier mehr ist hier glaube ich nicht zu tun dann mal gucken was noch kommt so dann werden wir hier wollen wir plündern ja wir plündern wir werden irgendwann sowieso nicht angegriffen machen wir das mal und beim nächsten mal ist dann der küstenraubzug hier dran sehr schön das gefällt mir ausgezeichnet hier mit dem u-boot passt gut so london hatte hier ein weg nach aachen da ging es ums geld jetzt gucken mal gibt es einen der interessanter ist agra 14 auch nur 38 runden ja kommt das machen wir mal auf diese art und weise unterstützen wir nicht die faschisten sondern die inder oder zumindest bauen wir die beziehungen aus die im moment hier deutlich die schwächeren sind so die beförderung können wir jetzt nicht durchziehen mehr wohnraum ist nicht so schlimm jetzt jetzt endgültig in die nächste runde wieder nein marina du sollst auch da bleiben ah ja hier können wir jetzt tun ne ich will nicht entfernen ich will reparieren so und es sieht mir fast so aus als könnten wir hier nichts mehr groß machen hier ist eigentlich scheinbar alles optimiert dann müssen wir eigentlich das nächste mal können wir das rüberbringen auf unseren kontinent ah feuern können wir hier noch minus 74 herrlich okay bleibt mal stehen den angriff wollten wir noch nicht machen das bewahren wir uns mal auf überspringen wir und hier wollten wir definitiv ausruhen und reparieren jetzt geht es aber ernsthaft in die nächste runde so die werden jetzt von den armbosschützen attackiert da sind noch ritter und da sind auch ritter das könnte ein bisschen knapp werden hier unsere armen infanteristen von der seite auch haben die dort ritter gekauft tatsächlich die das lager besetzen wollen jetzt sind sie gleich erledigt jetzt kommen noch die ritter nein sie haben überlebt wer hätte das gedacht die trauen sich tatsächlich immer noch raus und die haben noch ein nächstes schiff gebaut ist ja lachhaft deutschland wurde von amerika der krieg erklärt was ist hier los amerika wurde von stockholm der krieg erklärt das heißt die sind dann kann es sein dass deutschland jetzt auch im krieg ist mit den ägyptern könnte sein stockholm hat gandhi stockholm hat teddy hussel den krieg erklärt stockholm hat mit victoria frieden geschlossen ach nee stockholm hat nur die seiten gewechselt vermutlich so sieht es aus es gibt nur noch zwei stadtstaaten das ist ja auch erbärmlich ähm ah ja der ist auf die seiten der deutschen gegangen stockholm ok ich meinte gut ein gegner weniger für uns aber eine stärkung der deutschen und amerika hat aber in der tat den deutschen den krieg erklärt das ist schon interessant irgendwie sind die ein bisschen übermütig und wahnwitzig naja so die infanterie kann befördert werden vermutlich sollten wir das auch dringend tun damit sie ein bisschen geheilt wird und sie braucht jetzt schutz sie braucht schutz wie können wir den am besten bieten wir müssen eigentlich die ritter auch noch erledigen aber davon da können wir glaube ich nicht mal eins eins zwei drei da kommen wir nicht mal ran wenn wir uns hier hinstellen ne ne also wir werden erstmal das U-Boot abziehen und dann einfach schon mal so einen pro forma Angriff auf das Stad hier tun ok dann werden wir mit dem Kriegsschiff hier mal hin was ist denn das da da steht ein Ritter was ist denn das bitte hier ist das irgendwie so eine geheime Bunkeranlage ok da steht ein Ritter gut dann werden wir mit dem U-Boot aber jetzt erstmal den Ritter besiegen so dann haben wir jetzt hier für Ordnung dann werden wir mit dem Chor hier vorgehen und können leider die nicht mehr angreifen aber hier wollen wir auch stehen die drei Felder wollen wir damit abdecken das ist gut so dann versuchen wir mal kommen wir an den Ritter ran an den kommen wir nicht ran aber an den kommen wir ran wir nehmen das Schlachtschiff jetzt oder wir können das Infanterikor auch nehmen für die Aktion nee das kann er nicht mehr angreifen das bringen wir glaube ich jetzt andererseits wir müssen auch diese blöde Lager besetzen nee wir müssen an die Stadt ran wir müssen den Belagerungsring schließen das ist viel wichtiger so dann also mit dem Kriegsschiff feuern wir jetzt auf diese getarnten Ritter da hinten ach du Schreck da ist eine Ritter Armee die uns noch bedroht die Frage ist jetzt ob das hm ob die überleben werden ja ich denke wir nutzen jetzt die Beförderung zur Heilung Kampfstärke bei Verteilung gegen Fernangriffe das ist genau wobei wir nee ich glaube wir machen dann doch den Schlachtruf weil der Ritter wird uns jetzt angreifen natürlich auch die Armbruch schützen und aus der Stadt wird beschossen vielleicht auch lieber Schildkröte ist jetzt in dieser Situation besser so plus 50 natürlich nur Heilung ist jetzt nicht ganz optimal so was können wir hier noch machen wir können natürlich mit der Artillerie feuern das sollten wir unbedingt tun ab jetzt kann sich die Stadt nicht mehr heilen da ist auch eine Ritterarmee drin oh die haben wir jetzt wirklich aufgerüstet hier müssen wir ein bisschen nach vorne gehen und greifen auch die Stadt an also die Stadt ist auf jeden Fall deutlich besser geschützt als als Amsterdam das war wirklich ein Zuckerschlecken dagegen das hier wird etwas mühsamer so der Sanitäter kommt gleich hier rüber und du kommst vielleicht sogar hier hin genau und dann bist du noch im Bereich und da hinten auch noch im Bereich dann kriegen wir noch die die positive Angriffsstärke okay dann können wir uns um die anderen Sachen kümmern in Sheffield ist die Fabrik gebaut worden wie machen wir weiter Werft oder Bank ich tendiere im Moment naja Geld haben wir eigentlich genug dann mach mal Kraftwerk oder Schiffswerft mach mal Schiffswerft hier ist ja sowieso das Arsenal hier sollten wir auch eine gute Werft haben so die Werkstatt ist hier abgeschlossen ich denke wir schieben dann vielleicht noch ein Flugzeug mit ein bevor wir weiter machen oder in Spion wäre natürlich auch gut die nächsten Spion zu haben aber gerade hier Viktoria will ich jetzt nicht dafür nutzen müssen wir noch einen Doppeldecker bauen weil wir keinen Kampfflieger im Moment wegen des Aluminiums haben können wir machen noch einen Doppeldecker das werden wir in Zukunft immer gebrauchen so Amsterdam hat repariert dann werden wir als nächstes das Monument reparieren und hier das ist glaube ich noch kein Grund sich jetzt hier großartig in Sicherheit zu bringen die hatten hier allerdings ein Schiff da müssen wir aufpassen aber wir werden trotzdem erstmal den Küstenraubzug erledigen was uns ein bisschen Wissenschaft wieder bringt und wenn ich jetzt wegfahre sehe ich die ja wieder nicht mehr das ist so blöde deswegen feuere ich direkt gut was haben wir noch das Infanteriechor das im Moment die Stadt eingreifen könnte aber das machen wir natürlich nicht die Überschuss bringen die Runde der Sanitäter auch der soll dann nur stehen bleiben und den hatten wir gesagt bringen wir jetzt rüber weil wir hier im Moment eh nichts mehr haben die Frage ist wo wir ihn am ehesten brauchen wir bringen erstmal hier hier die Ebenen südlich von London ich hoffe da ist kein Feindschiff aber eigentlich ist uns da hoffentlich nichts entschlüpft ja Leute so ist der Stand der Dinge die Schlacht um Nechen im Süden hier im ägyptischen Kerngebiet ist etwas langwieriger anstrengender und die Frage wird sein wird diese Infanterie die überleben um die Kurs mache ich mir im Moment jetzt keine größeren Sorgen aber die Infanterie die ist ganz schön in Bedrängnis gut ist dass das Panzerschiff jetzt das Schlachtschiff jetzt von hier auf Nechen feuern kann das unterstützt hier nochmal unsere Belagerung ja also wird anstrengender aber könnte durchaus was werden und mal sehen ob dann die Ägypter bereit wären hier die Stadt mit Theben zu tauschen und ob das Parlament das überhaupt will oder ob das Parlament sagt es genügt Amsterdam wir wollen hier keine ja keine Kriegsgründe für die zukünftigen Kriege haben also wir werden es erleben bis zur nächsten Runde macht's gut euer Steinwallen ja wie low und die